So, hier sind wir im Hotel Oberoi in Dubai, direkt in der City auch. Hier vorne ist die Rezeption. Hier ist dann die Lobby-Lounge. Und hier ist der Einwand. Und dann zeige ich euch jetzt gleich noch die Hotelzimmer, verschiedene Kategorien. Und auch das Mittagessen dann hier. Also, wer mehr von unseren Videos sehen möchte, drückt einfach auf Gefällt mir unten für Reisebüro Fäller. Und dann seht ihr weitere Videos. So, hier sind wir jetzt in einem Standardzimmer. Superschönes, großes Bett. Hier ist dann Sitzecke mit Computer. Wir sind hier im 13. Stopp vom Heu. Und hier geht es dann in das Badezimmer. Ein Riesenbad mit großer, begehbarer Dusche. Großer Badewanne. Doppeltem Waschbecken. Hier geht es dann in den begehbaren Kleiderschrank. Und das wäre jetzt das erste Zimmer vom Oberoi in Dubai. Das ist auch ein City-Hotel. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, oder Informationen darüber haben möchtet, unter www.vip-reisen.de beantworten wir euch dazu gerne Fragen. Das ist jetzt hier eine Suite im Oberoi Hotel in Dubai. Auch ein City-Hotel. Das hier vorne ist der Eingangsbereich. Also hier, diesen Flur hat man ab der Tür hier vorne. Das Persebrat zu verfahren. Dann ist hier einmal eine Sitzecke. Das Schlafzimmer. Dann geht es hier weiter in das Badezimmer. Auch wieder mit großer Dusche und großer Badewanne. Doppeltem Waschbecken. Und begehbaren Kleiderschrank hier. Und dann ist es nochmal ganz, ganz toll hier draußen. Wenn ihr hier aus dem Schlafzimmer raus auf die Terrasse geht, obwohl es ein Stadthotel ist, ist hier eine ganz tolle Terrasse mit einem Blick auf den Wurstbriefer hier, der ganz toll nachts beleuchtet ist. Also die Aussicht hier, die ist wirklich super. Und es ist auch total zentral gelegen. Und das war jetzt der Schlafbereich und die Terrasse. Und dann zeige ich euch jetzt gleich noch den Wohnbereich im nächsten Video. So, und hier ist jetzt der Wohnbereich mit Gästetoilette und Sitzgelegenheit in der Suite im Oberoi hier in Dubai. Wir finden Esstisch, hier in die Sitzgelegenheit und hier dann nochmal das Office. So, und hier ist dann das Gästeklo nochmal. Und da geht es dann aus der Suite wieder hinaus. So, hier sind wir jetzt in einer Präsidentensuite im Oberoi in Dubai. Hier geht es erstmal in den Essensbereich oder Tagungsbereich mit traumhaft schönem Blick hier raus. Dann kommt als nächstes das Büro. Hier ist dann der Schreibtisch und Laptop mit allem. So, das ist alles da. Dann hier der Wohnbereich mit einer schönen Terrasse hier. Hier dann ein kleiner Pool. Und vorm Pool aus ein Blick direkt auf den Dusch Kalifa. Hier dann nochmal der Wohnbereich. Hier geht es dann ins Schlafzimmer. Nochmal eine separate Sitzecke. Hier dann das Schlafzimmer. Und hier geht es dann ins Bad. In der Präsidenten-Suite. Ins Bad. Ja, im Pakistan-Riesens. Die Badewanne. Koppelte Spiegel. Riesengroße begehbare Dusche. Und hier dann der begehbare Kleiderschrank. Durch den man dann wieder hier in den Flur kommt. Der ganze Flur gehört noch mit dazu. Hier vorne ist dann nochmal Gästetoilette. Und hier drüben dann eine komplett eingerichtete Küche. Das war die Präsidenten-Suite im Oberoi. Und wenn ihr dazu Fragen habt, einfach auf www.fella.de nachschauen. So, hier sind wir im Restaurant vom Hotel Oberoi in Dubai. Die Vorspeisensuchen sind hier. Dann hier ein ganz tolles Dessert-Buffet. Hier wird Pizza im Steinofen richtig gebacken. Hier habe ich vorhin schon gewingelt, die total lecker aus. Hier frische Früchte. Bier wie Pizza. Verschiedene Brotsorten hier. Dann ist hier auch noch eine große andere Früchte. Hier ist dann Vorspeise-Buffet. Und die Hauptgänge das warme Essen ist dann hier auf der Seite entlang. Und das Hotel ist wirklich super, super schön. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, einfach auf die Fade mir auf die Reise der Opel erdrücken unten. Und dann seht ihr weitere Videos von uns. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Feller in Hammelburg im E-Center und unter feller.de